Laura Maria R.Y.P.A. zeigt After Baby Body, so sehr hat sie sich verändert Köln, Laura Maria Rüpa, 28, ist weiter bemüht, die Skandalnacht verblassen zu lassen Um weiter von den Schlagzeilen abzulenken, teilte die Influencerin jetzt ein Update zu ihrem After Baby Body mit den Fans Der heftige Krach mit Pietro Lombardi, 32, liegt nun bereits einen Monat zurück In den sozialen Netzwerken ist die 28-Jährige wieder zur Normalität übergegangen, was in erster Linie inszenierte Fotos und Geschichten aus dem Mama-Alltag beinhaltet In ihrer Instagram-Story machte die gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte aus Düsseldorf plötzlich aber ein ganz anderes Thema auf Es geht dabei um ihre körperlichen Veränderungen nach nunmehr zwei Schwangerschaften Erst im vergangenen August brachte Laura ihren zweiten Sohn Amelio zur Welt Rund zehn Wochen später möchte die Wahlkölnerin ihren Body wieder in Form bringen Den Stand der Dinge führte sie ihren Fans in einem engen Sportdress vor Laura Maria R.Y.P.A. zeigt After Baby Body, so sehr hat sie sich verändert Köln, Laura Maria Rüpa, 28, ist weiter bemüht, die Skandalnacht verblassen zu lassen Um weiter von den Schlagzeilen abzulenken, teilte die Influencerin jetzt ein Update zu ihrem After Baby Body mit den Fans Der heftige Krach mit Pietro Lombardi, 32, liegt nun bereits einen Monat zurück In den sozialen Netzwerken ist die 28-Jährige wieder zur Normalität übergegangen, was in erster Linie inszenierte Fotos und Geschichten aus dem Mama-Alltag beinhaltet In ihrer Instagram-Story machte die gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte aus Düsseldorf plötzlich aber ein ganz anderes Thema auf Es geht dabei um ihre körperlichen Veränderungen nach nunmehr zwei Schwangerschaften Erst im vergangenen August brachte Laura ihren zweiten Sohn Amelio zur Welt Rund zehn Wochen später möchte die Wahlkölnerin ihren Body wieder in Form bringen Den Stand der Dinge führte sie ihren Fans in einem engen Sportdress vor Rund zehn Wochen später hat einen Einmalen Vielen Dank.